Hi! Ja, wenn man der Fantasie von Kindern freien Lauf lassen würde, wie würden Kinder wohl unsere heutige Welt mit ihren Händen gestalten? Diese Frage wird jetzt im nächsten Lied behandelt. Das Lied heißt »Wenn Kinder Hände«, Musik und Text von Sibylle Gimon. Wenn Kinder Hände Bilder malen, sieht die Welt ganz einfach aus. Da springen lauter bunte Fische aus blauen klaren Flüssen raus. Und auch das Gras ist satt und grün, ich seh ganz neue Blumen blühen. Lasst unsere Kinder einen Tag die Welt verwalten. Sie würden sie für uns ganz neu gestalten. Wenn Kinder Herzen Bilder malen, ach wie herrlich leuchtet die Natur. Große Tiere gehen auf Reisen, überall ist Freude pur. Es liebe hoch der Kinderfantasie, sie zerstören darf man nie. Es liebe hoch der Kinderfantasie, sie zerstören darf man nie. Und lasst unsere Kinder einen Tag die Welt verwalten. Sie würden sie für uns ganz neu gestalten. Wenn Kinder Seelen Bilder malen, wünscht ich Stille mir so sehr. Es liebe hoch der Kinderfantasie, sie zerstören darf man nie. Es lebe hoch der Kinderfantasie, sie zerstören darf man nie. Lasst unsere Kinder einen Tag die Welt verwalten. Sie würden sie für uns ganz neu gestalten. Lasst unsere Kinder einen Tag die Welt verwalten. Sie würden sie für uns ganz neu gestalten. Ich würde sie für uns sehr gerne Freude. Untertitelung des ZDF, 2020